Ich glaube, dass das Zukunft der Technologien auf Amazon sehr enttäuschend ist. Im Innovation Lab in Italien werden Technologien für ganz Europa entwickelt, die uns dabei helfen, Prozesse zu verbessern, Mitarbeitern zu unterstützen und unsere Effizienz zu steigern. Das hilft uns dabei, unsere Kunden noch besser beliefern zu können. Sicherheit und Gesundheit im Job ist das wichtigste in allem, was wir in Amazon machen. Wir investieren in Lösungen für die Arbeit besser für die Arbeit. Als RME-techniker, mein Job ist sehr interessant, weil ich immer mit den Robots interagieren, in einem Ort, der uns fühlt sich sicher. Die Sicherheit in Amazon ist unser größer Wert, und wir stellen das jeden Tag in der Mitte von alles, was wir machen. Meine professionelle Erfahrung bei Amazon ist sehr erreichend. Die Technologien aufbauen, uns die Aufwärtsbewegung zu machen, von der Trennung nachmitteln. Bei uns in Amazon spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle. Wir haben mehrere Initiativennetze umgesetzt, um dieses Ziel zu erreichen. Technologie hilft uns zu reduzieren Waste. Diese Maschine hinter mir, zum Beispiel, macht Papierplätze, die an die Größe des Verkaufensprozess durchsetzt werden. Insofern können wir die Zahl der Reise reduzieren. Natürlich haben die Innovationen aus dem Innovation Lab einen riesigen Einfluss auf unseren Job. Viele Rollen, die es vorher so gar nicht gab, sind jetzt erst neu bei Amazon entstanden. Ich bin eine der Menschen, die helfen die Robots zu arbeiten. Amazon empowers Leute wie ich, um ihre careers zu verbessern. Emerging Technologien, wie Robotics und AI, können uns das machen.